Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Workout Video. Heute mache ich mit euch ein 10-minütiges Workout. Es wird ein High Intensity Intervall Training, kurz gesagt ein Intervall Training, was übelst reinbrennen wird und uns richtig auf Touren brennt. Ich hoffe, ihr macht mit. Es ist super geeignet, wenn ihr nur wenig Zeit habt. 10 Minuten bringen wir alle in unseren Alltag. Also, packt eure Sportklamotten und legt los mit mir. Bis gleich! Der Timer ist eingestellt und es geht gleich los mit den ersten Übungen. Wir machen Jump Squats. 2, 1, gerade hinstellen, nach unten und wir springen hoch. 4, 1, gerade hinstellen, nach unten und wechseln. Wir gehen zusammen. Dr. 10. Und 15 Sekunden Pause. Gehen wir zur nächsten Übung. Wir rennen an oberen Stelle. So schnell wir können. So schnell wir können. So schnell wir können. Kleine Schritte. Trotzdem gerade rücken. Jetzt kurz. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3. Und 6, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10. Nächste Übung sind breite und enge Squats. Nächste Übung sind breite und nach oben. Sehr gut, die nächsten Übung machen wir am Boden. Nächste Übung machen die Plattens. Beide aufzieren. So schnell es geht. Nächste Übung machen die Plattens. Nächste Übung ist eine Mischung aus Liegestützer und Hops. Liegestützposition. Wir springen nach vorne, hinten, gegen tief. Flatschen, hoch. So. Und hinten. Losen. Flatschen. Hoch. Köln, blieb, los. Nächste Übung. 2, 1, Erholungsphase, gut, nächste Übung, alle, alle, sind wir auch wieder hier unten, wir legen uns hin, 2, 1, Oberkörperanlegung, Beine strecken, unter und zurück, strecken, unter und zurück, so schnell es geht. Bauch spüren, 2, 1, Erholungsphase, gut, nächste Übung, wir legen uns wieder hin, nehmen Anlauf, oder eigentlich nicht, 2, 1, kommen wir nach oben, und zurück, in diese Position, Adelhofer, Anlauf, und hoch, Anlauf, hoch, Anlauf, hoch. Wen klaisi, gut, cozy. Wir machen Many Move Now, langsam, lang, 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 lang. Nächste Übungen sind Kommandos, das heisst wir sind in der Liegestützposition, kommen runter zum Plein und wieder hoch. So, runter und hoch. Andere Seite und hoch. Wenn etwas zu schwierig ist, kommen wir auf die Knie und machen die Übungen auf den Knie. Aber solange es geht, auf den Füßen, gerade drücken. 2, 1, Erhöhungsphase. So, noch zwei Übungen, wenn ich richtig bin. Nächste Übung gehen wir wieder in die Liegestützposition, zum Anfangen. 1, 2, 1, Beine und hoch. So, noch zwei Übung gehen wir wieder in die Liegestützposition, zum Anfangen. So, noch zwei Übung gehen wir wieder in die Liegestützposition. Wir können den Tempo abdrehen, aber nicht stoppen. 2, 1, Erholungsphase. Letzte Übung. Wir machen hier breite Hops. Auch wieder Liegestützposition. Wir kommen mit den Beinen neben die Hände. So, und wieder zurück. Hoch, zurück. Komm fort an. 2, 1, Erholungsphase. Gott sei Dank. Gott. Das war's. Seht ihr das? 10 Minuten und ganz nass. Ich danke euch fürs Mitmachen. Wie ihr seht, 10 Minuten können echt sau anstrengend sein. Aber es gibt keine Ausreden. Einmal mehr, wieder der Beweis dafür. Wir dürfen keine Ausreden erfinden. Das bringt nichts. Wenn ihr fit sein wollt, wenn ihr Sport machen wollt, dann müsst ihr euch manchmal 10 Minuten Zeit nehmen. Wenn ihr es nicht sein wollt, dann ist es sowieso egal. Dann müsst ihr auch keine Ausreden haben. Aber wenn ihr fit sein wollt, dann gibt es keine Ausreden. So. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.